Hallo, in diesem Video zeigen wir euch, wie ihr die AS5000FF Wasserfilteranlage von der Firma Aquasave ganz einfach zu Hause unter der Spüle installieren könnt. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Mein Name ist Christian. Los geht's! Um den Lieferumfang vorab überprüfen zu können, haben wir uns alle Bauteile der Wasserfilteranlage einmal übersichtlich ausgelegt. Ist der Lieferumfang komplett, so legen wir uns im nächsten Schritt folgende Werkzeuge bereit. Eine Bohrmaschine, den Rollgabelschlüssel, Teflonband aus dem Lieferumfang, mehrere Maulschlüssel sowie Schraubendreher, eine Wasserpumpenzange und ein Cuttermesser oder eine Schere. Nach diesem Video installieren wir als erstes den Kaltwasseranschluss, gefolgt von der Abflussschelle und dem Dreiwegewasserhahn. Dann werden wir alle Schläuche an der Anlage befestigen und im letzten abschließenden Video die Anlage in Betrieb nehmen. Die drei Vorfilter sind noch original verpackt in den Vorfiltergehäusen. Deshalb drehen wir Vorfiltergehäuse 1 von Hand im Uhrzeigersinn einmal ab. Wir entnehmen den Filter, entfernen die Folie und setzen ihn anschließend zurück in das Gehäuse. Abschließend drehen wir das Gehäuse wieder gerade in das Gewinde ein. Mit Hilfe des Gehäuseschlüssels können wir das Gehäuse noch einmal fixieren. Dafür schieben wir den Schlüssel bis oben auf. Machen wir das nicht, können wir abrutschen und uns die Finger verletzen. Als nächstes öffnen wir Vorfiltergehäuse 2 mit dem Kohleblockfilter. Wir entnehmen den Filter, entfernen die Folie und setzen ihn anschließend zurück in das Gehäuse. Und drehen dieses danach wieder an der Anlage fest. Nutzen abschließend den Gehäuseschlüssel noch einmal zum Fixieren. Als letztes öffnen wir Vorfiltergehäuse 3, entnehmen auch hier den Filter, entfernen die Folie und setzen ihn abschließend zurück in das Gehäuse. Von Hand drehen wir dieses an der Anlage fest und nutzen den Gehäuseschlüssel zum Festziehen. Nun wollen wir die beiden Membranen aus dem Lieferumfang in die beiden Gehäuse an der Anlage einführen. Dafür lösen wir als erstes die Mutter am Membrankopf. Wir ziehen den Schlauch heraus und heben uns das Gehäuse nach oben, aus der Halteklammer heraus. Wir drehen den Deckel entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn von Hand ab. Jetzt nehmen wir uns eine 250 GPD-Membrane zur Hand und entfernen die Verpackung. Unser Tipp! Wir befeuchten die beiden Doppelohrringe an der Membrane mit etwas Wasser an den Fingern, damit diese leichter in das Gehäuse eingeführt werden kann. Jetzt führen wir die Membrane mit den beiden Doppelohrringen voran in das Gehäuse ein. Mit etwas Druck und leichten Drehbewegungen gleitet die Membrane über den Widerstand weiter in das Gehäuse. Achtung! Um die Membrane und das Gehäuse nicht zu beschädigen, muss die Membrane ca. 1 mm tiefer im Gehäuse liegen. Jetzt drehen wir den Deckel auf das Gewinde auf und nutzen abschließend den Membranengehäuseschlüssel noch einmal zum Nachziehen. Und drücken vorsichtig das Gehäuse zurück in die Halteklammer. Das lose Schlauchstück stecken wir jetzt tief ca. 1,5 cm in das Eckstück am Membranengehäusekopf und drehen die Mutter dort von Hand auf das Gewinde auf, nutzen abschließend den Mausschlüssel zum Fixieren. Wir lösen jetzt die Mutter am zweiten Membranengehäuse und heben es nach oben aus der Halteklammer heraus. Von Hand oder mit Hilfe des Membranengehäuseschlüssels drehen wir den Deckel einmal ab. Nun entpacken wir die zweite 250-GPD-Membrane und feuchten die beiden Doppelohrringe wieder mit etwas Wasser an. Auch hier führen wir die Membrane mit den beiden Doppelohrringen voraus in das Gehäuse ein. Mit etwas Druck und leichten Drehbewegungen sollte abschließend die Membrane hier 1 mm tiefer im Gehäuse liegen. Von Hand drehen wir den Deckel auf das Gewinde auf und nutzen abschließend den Gehäuseschlüssel zum Festdrehen. Vorsichtig drücken wir das Gehäuse zurück in die Halteklammer. Den Schlauch führen wir 1,5 cm tief in das Eckstück ein und drehen die Mutter von Hand auf dem Gewinde fest. Wir nutzen abschließend den Mausschlüssel noch einmal zum Fixieren. Sehr gut, die Wasserfilteranlage ist jetzt für die Installation vorbereitet. Starten wir als nächstes mit Video Nummer 1, Installation Kaltwasseranschluss.